Das Abenteuer mit dem ersten DLC hier bei Dragon Ball Sinnoverse geht weiter und zwar im Kampf gegen Höllen 17. Ich weiss jetzt so genauer wie in normalen C-17. Aber diese hier wurden mit der Ausserwissenschaft von Dr. Gero, also Dr. Gero Cyborg Technologie und Dr. Muse M2 Technologie erschaffen. Oh mein Gott, jetzt für uns natürlich. Full Power Mode! Ich habe dich gefunden. Äh! Was? Lorden? Nach ihnen? Komm schon! Was ist doch ich denn nach? Nur einer. Hey mein Aura, die Skolle wird dann super sein entschieden. Na egal. Hör, das war schon? Crazy. Das hat sich total gelohnt ein paar zu beenden, Freunde. Geil, Stufe 61. Yo! Oh! Bitte sag mir nicht, dass es jetzt das passiert, wenn ich denke, was passiert. Die Verschmelzung zu Super 17! Nein! Besiege Super 17! Alter! Wir verarschen! Keine Chance gegen den! Du bist mir. Ich bin dir. Ich bin dir. Wir werden eins werden. Es ist Super 17! Ach du Scheibenkleister! Und ich sehe sie! Wohl kein Problem. Ich hoffe nur, dass die nicht zu stark ist. Oder zumindest nicht die Fähigkeiten hat, wie im Original Drangmon GT. Weil dann darf ich keine Kiya-Taknini benutzen. Die würden dann direkt absorbieren. Wir sehen sie gleich. Nein, es klappt. Gott sei Dank. Ich dachte schon. Das wäre jetzt echt krass gewesen, wenn das nicht gehen würde. Man geht zwar ein bisschen im Original natürlich näher, das schon. Aber für uns eins ist das ein bisschen doof. Ja, die Lichtgranate ist in der Situation doch ein bisschen doof. Die braucht doch zu lange zum aufzuladen. Wow! Alter, macht der Schaden! Weg mit dem Arsch! So ein simpler Wurf. Äh, hieß es vorhin Spieler-TP oder Team-TP? Wollen wir natürlich noch ein bisschen Hilfe. Ey, Goku! Super-Same-Fo-Pauke! Ich werde es echt gut gebrauchen. Vielleicht nicht. Ich muss wieder alles alleine machen. Ja, komm her, Alter. Komm her! Alter, macht der jetzt so viel Damage. Das wird übel, Freunde! Okay. Mal in der ersten Stufe, Kumpel! Mal gucken, wenn du das... Wie dir das gefällt, Tee! Guck mal! Final Flash! Das alles? Die alter Treffer, nur so wenig! Alter! Ach du Scheisse! Oh verdammt! Oh mein Fehler! Verdammt! Verdammt! Kompletter Sache, dass mein Austausch in dem Arsch war! Oh! 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 Ja! Ich verdix mal ein ceux Du 피�l und nicht Du hast so viel Probleme! Kombine deine Kraft mit Goku, um den Super 17 zu verhindern! Dann sollte man die Welt überleben. Was überleben überhaupt? Alter! Äh, Goku, willst du mal ein bisschen herkommen? Hallo? Weißt du, dein Gegner war genau als Donner-Selb-Plug gemacht, aber fix gemacht. Ist das alles? Du bist nur ein bisschen naiv. Äh, äh, was ist jetzt los? Das Grinsen, ey. Ich dachte, ich hätte gehofft, dass ich irgendwie nach Super Sajun kämpfen würde. Klar, es hat ein Super 17. Na gut, mit Goku im Team ist es relativ einfach zu werden. Ja, Mann! Spamming for the win! Ups! Ich weiss, Spamming ist Leben, was gegen NPCs darf, Mann. Das ist kein Problem. Momentan ist noch kein Problem drin. Ich weiss, ich bin schon ein bisschen angeschlagen. Aber, ähm, genug Skills mit aufleveln. Stimmt das überhaupt, wenn ich mal dabei bin? Äh, verdammt. Ja, aber eigentlich noch. Ich kann nach dem Fall fehlen, ey, das ist so gross! Ja, schon besser. So. Son Goku als Vierfacher Super Saiyajin. Oh Mann, ich will den Skill auf! So. So, ein leichtes Ball down! Bämts! Yeah, Mann! Super Saiyajin 2! Ja die Blitze sind so geil! Und wir hauen drauf! Bämts! Warum ist Fiderala? Nichts, was? Wie kann ich jetzt an M-Zillen? Hallo? Viel Zeit, das ist aber nicht zu abfreunden. Ich kann auch nicht, wenn es ein bisschen das Schwachen ist. Ich kann ihn nicht mehr haben. Vielleicht heutzutage auch. Guck mal, Goku! Können Sie ihn bitte an einer Stelle lassen, wenn er ihn treffen kann? Mensch, Goku! Alter, der hat den Namen mir gefressen! Ja, natürlich logisch. Ich bin natürlich schwächer, deswegen geht der Blick auf mich los! Boah, eine Kombinations-Attacke! Alter! Ein normales Kammer, das sind wir aber gar nicht gesehen. Das ist ja nicht rot, müsste ein normal gewesen sein. Alter, ist langsam gut hier! Wollen einen anderen spielen! Mehr so Fernangriff und so. So, jetzt wieder! Ich lebe halt! Ist das echt so schlimm? Wow! Was für ein Grafik-Glitches! Was soll ich noch machen? Jetzt äh... Generieren wir! Wenns aber doch mehr! Du 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 du! devil! Der versuch zu blocken! Wow! Das ist also schon ne 10e hit als so nen Goku, Och..! Nicumalabli! Ich liebe die Attacke Massache, ey. Final Flash! Ich bin damals im Anime da, aber wie jeder die gegen Cell eingesetzt hat es so abgegangen, glaubt ich mir gar nicht. Jetzt kommt der schon wieder. Keine anderen Hobbies oder was? Goku überlassen mir, überlassen mir Goku! Yeah, Ultimate Finisher. Wir haben Super 17 Platt gemacht. So doof, dass Dr. Geo keinen Auftritt hatte und Dr. Mu natürlich auch nichts. Aber ja. Vielleicht haben wir das alles später noch, also ich hoffe es zumindest noch. Höh! Ja. Mhm. Du weißt, ich muss dir bedanken. Mach keinen Fehler, ich werde dir zurückführen. Alles klar, Kumpel! See you next time! Und... Super, das jetzt, wenn ich ihn bitten darf, ja. Das... Das ist... Das ist eine Coincidence. Demigra... Das ist wahrscheinlich zu versuchen... Demigra ist tot! Alter, komm nicht mehr zurück! Er will Baby und Super 17 als Werkzeuge, um eine große Distortion in der Geschichte zu kreieren. Hm, die Station kommt am Schluss gegen alle Gegner nochmal. Alter! Ich meine, ich glaube... Whatever the case, we can't allow any more of this. Assume this is our final chance. You got it? Na ja, I got it. Right! But first, let's have ourselves a cup of tea. Äh... What? Hey! Dimension! Alles wieder geht unter! Du sollst noch eine Tasse Tee trinken! Die Alte spielen doch... Was bereits? Nice day, right? Das war toll, Dankeschön! Freunde, wir haben das erste DLC von Dragon Ball GT durch! Ähm... Wie gesagt, das zweite sollte auch in diesem Monat noch erscheinen. Das spreche ich an der Parking Club bei euch sowieso am 5. April raus. Dann ist es vermutlich bereits draussen. Vielleicht. Es geht dann weiter hier! Mit spannender Action! Du 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 du... Ja, das nehmen wir aber hier durch, so einfach mal sagen. Machen wir es mal langsam, weil wir suchen nach diesen ganzen Zeitsplittern, wa? Ein paar Parallelenquests mit den Charakteren noch. Neue Meister und so weiter. Dann können wir auch mal die Dragon Ball suchen. Und ein paar kriegen sowieso noch durchs Internet, merke ich gerade noch. Was? Was? Aha! Äh, nein! Nein, tut mir hier leid! Trunks ist noch was für uns! Und dann entscheiden wir sie wohl stark! Ich bin Trunks! Wie soll es immer stark sein? Sterbgeiss? Stark ist und gut... Äh, welche Herausforderung? ALTER! Leck mich doch am Arsch! Könnt ihr vergessen! Nö, tschüss! Äh, sorry Trunks, aber das ist mir jetzt noch ein bisschen... Äh, äh... Too much! Ah, Steel Sea ist vorbei! Ich glaube nicht, dass Super Saiyan 4 Goku als Trainer auftaucht. Das wäre zwar geil, aber wie gesagt, ich glaub nicht daran. Oh man, ey, was machen wir jetzt? Du 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 du... Wir haben noch genug davon. Was ist noch nichts Neues? Naja... Du 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 du... So ein Gutten ist noch da... Hm... Komm schluss, Tiff, ich kann mich mehr haben, jetzt geil! Kann mich auch boosten, ja... Schildkröten Ausweg, haha... Auch nicht... Meteorangriff, Meteor-Schlag, super Absorption... Naja, Boden gegen die Ecke... Du 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 du... Rollende Kugel! Nee, Mann... Das wird nix... Du 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 du... So eine gute Mission kennen wir auch noch, das ist glaub ich, ein bisschen zu hart für uns. La 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 la... Den haben wir hier noch... Du 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 du... Und Spike den Teufelsmann, ja... Aber alles noch, alles noch Knall Dragon Ball... Serie... Schuluniform... Nö... Vier Sternen Ball kosten mit genug Zinn dafür... Ja, später mal... Du 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 du... Ah, ne, da war ja Zubehör, Entschuldigung! Tja... Bringt ja soweit nix, weil wir noch mischen an der Backdungeon wieder... Na, ok, mal gucken... Wie sieht's denn hier vorn nach aus bezüglich, bezüglich ähm... Neue Mastern of Disastern? Einfach da was? Nö, wa? Ja... Piccolo neue Mission für uns... Nö, nix... Wobei er seh's ja hier war... Datenanzeigen... Zack, 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 zack... Genau, äh... Das war jetzt eh, genau... In den letzten Fehlern noch... Sprich, wenn es das Maximale ist, kann ich das machen... Vermutlich die Höllenspirale von ihm, wenn ich das schaffe... Äh... Adibute, stimmt ja... Kann man auf Keygains, was eigentlich ganz voll der Letzte war... Ja, verdammte... Neh, mal gut, dann griff er noch... Und versuchen noch eine Parallel-Quest... Ja, ja, ja... Versuchen kann man's doch immer noch... Welcome! Wat willst du? Da waren wir grad auch... Alter Schwede... Ultimative Kraft, Ultimative Seiya Jinbei Siego geht... Alter... Wollt ihr mir verarschen? Bis ich Ego geht... Entschuldigung, wenn es euer Jin... Oder welcher der Skill war... Hm... Ich bin schon wieder... Ne... Warte doch mal sagen... Wir gehen jetzt mal... Anders durch... Ähm... Gucken noch ein wenig in den Zeitsplittern... Den haben wir schon... Na, wir müssen noch mal gucken... Kannst du doch gut sind, dass wir den halt schon gemacht... Also sprich, die Mission bereits gemacht haben... Also wir noch... Hm, wollen wir mal ganz kurz... Gt ist ja vorbei... Also... Also sprich, das DLC... Zumindest für's Erste... Also... Kann ich doch wieder ruhig die Ausrüstung wieder anpassen... Jemann... Mein Ge... Habe gerade hier noch was gesehen... Aha... Kacke aus... Sooo... Das sieht doch stylisch aus... Was willst du... Was willst du... Ja, ich will das hier... Äh... Was wollen wir uns sagen... Wollte genau... Also wir halt die Mission gemacht haben... Als die Migrant noch nicht besiegt waren... Weil wir deswegen... Cycle Style Spiel nicht bekommen haben... Nein... Zumindest mal so ne... Idee... Ach, der hat fast alle freigeschalt... Was ich noch fehlt... Super 17... Dann Omega Shenlong... Äh... Super Saiyan 4 Gook... Müssen dann direkt da erscheinen... Wieso das denn noch nicht da ist... Keine Ahnung... Yo man... Oh... Kein Problem... Und würde ich auch noch Kugeta... Genau... So Charaktere noch fehlen... Obwohl es hiess... Soll irgendwie für's 3D DLC-Paket... Soll wieder so viele neue Charaktere erscheinen... Na ja... So, der nächste bit... I'm used to this... This kind of pressure... Hey... Tien... No matter how many times I see you... Woo... Look the sink... Das war's schon? Dann geht's wohl relativ schnell, wa? Ja... I'm surprised at how much you've changed... Geil es noch drauf eingehen... Ne... Äh... Das sind noch ein paar Dinge am Boden... Was... Aber wenn denn hier noch schön ist... Materialobjekt... Okay... Noch Materialobjekt... Noch okay natürlich... Ähm... Da oben war... Zack... Sehr schön... Ähm... Wie war's jetzt schon wieder? So... Hüi... Ab zum Kapsel an den Platz! Die Gug und Gug können einfach die gleiche Stimme haben. Du bist so stark! Ich will nicht loswerden! Du Brat! Was für ein Bord. Tschüss Piccolo! Was? Der Lieb noch? Na ja fast. Gug und Gug und Gug. Na ja. Jetzt sag ich ihnen halt. Komplettes. Für einen Arsch. Entschuldigung. Weißt du was ich meine? Du bist sehr gut. Ich zeige dir was ich habe. Ich zeige dir nicht. Ich zeige dir nicht. Ich zeige dir nicht, dass du so stark machen würdest. Ich zeige dir nicht. So Goku und das war's für dich. Das war fies. Mann! Was ist ein Ultimate Finish? Ob der gar nichts gemacht? Äh. Das war krass. Trotz der Wangenessen. Das war der Ultimate Finish ja nicht von mir. Zeig wie steil ich mir da erhalten. Geil! Nummer 5 wie es aussieht. Man ist ja Nummer 5. Ja wo kann man schon 5 in der Tasche? Dann bin wir da oben. Toll. Mann! Oh Mann! Ey! Was ist denn hier? Bloß so hoh los! Einfach mal sagen. Vielen Dank fürs Zusehen. Wir sind eigentlich durch hier. Wird mal soweit für heute. Ähm. Wir machen jetzt weiter genau. Falls im nächsten Part das Deal noch nicht raus ist. Erwarten extra ein paar Tage. Weiter aufnehmen. Dann gehts jetzt hier weiter. Mit ein paar Parallelquests. Die Zeitkristallsplitter. Nochmal. Fünf. Kann man den zweimal kriegen können. Äh. Machen wir jetzt so weiter. Im Parallelquests. Das sind unsere Quests noch. Von Leuten die hier ein bisschen herumschwirren. Und sonst. Wenn der SteelSie bereits raus ist. Gehts natürlich mit dem weiter. Den haben wir garantiert noch nicht. Er hat das schon nicht. Da muss es sogar irgendwie erst. Vergeht am Schlussblatt machen. Weil er sonst irgendwie nicht zum Super Saiyan werden kann. Und so. Ich bin nicht ganz verrückt. Wie kriegen wir sonst einen Super Saiyan Move. Für noch. Kommen wir an bereits zwar. Wir müssen mal schauen wie es weitergehen könnte. In diesem Part wieder hier bei Dragon Ball Sinnoverse. Eben noch was zu tun für uns. Nöber. Na ja. Na doch bitte. Dichtergeladen raus. Dankeschön. Ist mir doch ein bisschen zu doof. Na ja. Die dauern wir zu lange. Oder was kommen wir mehr an. Genau. Machen wir eine Ladung. Der Rest stimmt noch. Äh. Attribute. Nö. Ähm. Kann man weg den auch. Äh. Doch. Na ja. Lassen wir noch. Hm. Die Daten noch etwas. So. Die Angaben bezüglich Zeitkristall. Später. Zeitpatrul in Abschluss. 90%. Ja. Und das wird wohl die legendäre Super Saiyan Sage 10% noch sein. Alles weiter ist halt die DLC noch. Was dann noch einfließen würde. Die. 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 Wir kennen die. G Sou.. Die. Auch, sie. Ich brauche mich. Inentliche иммуnd John Reны. Was ist das? Das was ich gerade suche, äh, muss ich denn, wieviel Zeit bin ich doch bereits haben? Hm? Wer muss mal nachgucken, Freunde? Ja, auch immer wieder mal, vielen Dank fürs Zusehen und bis ein bisschen mehr sind wir hier bei Dragon Ball Cineverse, bei ähm, diversen Quests halt oder halt, der Hauptstory. Mal gucken, bis dahin, tschüss!